Da wären wir wieder bei Let's Play Leia Saphir und nun würd ich mal sagen MACHEN WIR DAS ZU und ok gehen da wo es gut ist aber wo ich mir gleich nachdenken kann das wird gleich über das gleich passieren ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst Oh Hey, Nachbarwunsch, ich freue mich, dass sie sich was ist. Hallo. Sie wollte uns helfen. Schatz. Dankeschön, dass du geholfen hast. Schatz, Dankeschön, dass du geholfen hast. Ich bin im Fahrstuhl gefallen. Und ich bin keine Ahnung wo. Was? Geht's da auf? Nein. Okay. Noch das letzte. Ist das der hier sein? Ne, hier. Du bist auf dem Stuhl. Warum? Was? Das? Okay, so was das? Oh, oh mein Gott. Okay. Okay. Oh, Schatz, doch einmal... Das ist der Badefakt! Schatz, geh auf damit! Du machst mir einen Herzinfarkt! Du färbst nicht so schlecht, oh Mann! Weine? Ey, können wir uns vielleicht schon ein bisschen besaufen? Ja... ... ... ... ... Nein, danke! Ey! Schatz, jetzt reicht's! Du hast Ratatouille umgebracht! ... ... ... ... 3, 6, 3 3, 6, 3 Hier ist auch nichts. Warum zeigst du mir diese Nummer? Warum guckst du so hin? Warum schreit mir die Nummer? Was ist denn das Telefon? Hallo? 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 Why won't you talk to me? Drei... ... 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 semaines ... ... ... ... ... ... 3, 6, 3 Ich habe gerade über keinen Ort Plan, wie wir das sind und das ... Ich werde mich hier mal kurz angucken, wie wir das mal, wie man überhaupt ... Ich bin nicht die Lösung, was da passiert, ich werde mal gucken, wie es einfach nur ... Wie macht man das jetzt eigentlich? Sooo. Also rein theoretisch müsst ihr jetzt genau das Loch, 2, 6, oder 1, 2, 3, hier, so, ne, 4er muss ich jetzt gehen, hier, ne, die 4 ist es nicht, die, wenn ich jetzt aus von der 5, 3, 3, 3, 6, und jetzt war es hier bei der 5, genau, ne, ach so, gut, 3, jetzt muss ich zu 4 gehen, ne, jetzt die 6, ne, die 5 weiß ich nicht schon, 3, 3, so, ich muss jetzt gucken, wo die, ah, gut, jetzt hab ich verstanden, jetzt weiß ich wie es geht, ohne zu gucken, so, jetzt geh ich auf die 4, jetzt geh ich auf die 4, auf die 3, 2, ey, das ist nervig, der Telefon, oh, und jetzt muss ich ausprobieren, die, 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 Nee, die sechse. Nee, das ist falsch. Die vier? Nee. Kann ich eigentlich richtungsfrei? Nee, kann ich nicht. Mit der fünfer kann ich... Ich weiß selber, der will was benutzt. Also ehrlich, ich bin ein 90er Kind. Ich kenn solche Pützelmehrschaft, den brauchte ich. Das ist viel zu weit. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. Nee. Ja, wartet mal ganz kurz. Wie gesagt, ich verändere jetzt von dem Part. Bei dem nächsten Part werde ich mal herausfinden, wie man überhaupt sowas will. Das ist gar nicht. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.